Herzlich Willkommen zu einem neuen Video. Wir gucken uns heute die H4 Blixen an. Lässt sich leider nicht mehr über BMW freischalten wie zum Anfang, aber in Vanguard noch. Und das Package, was man kaufen kann, ist auch gar nicht so verkehrt, wem das wirklich zu langweilig ist. Allerdings ist es natürlich kein fertiges Loadout Setup. Man muss sie dann trotzdem möglichst noch freischalten. Wer keinen Vanguard hat, kann das im Kollisionsmodus machen. Da geht das auf jeden Fall ganz gut. 15 Spiele ziehen sich alle und können sehr sehr zäh sein. Wenn ihr also zeitlich begrenzt seid und nicht 4-5 Stunden am Tag spielt, dann bietet sich dieses Pack an, aus der Hinsicht, dass man es kauft und die Waffe im Kollisionsmodus levelt bis Level 70 hoch und dadurch halt auch gleichzeitig freischaltet, um die Aufsätze frei zu bekommen. Nicht sehr schön und nicht unbedingt das, was man will, aber nichtsdestotrotz eine Möglichkeit, die man in Betracht ziehen sollte. Time to Kill schlägt es nicht unbedingt die Typ 100, aber warum die H4-1 Bixen oder Carl Gustav, wie sie ursprünglich denn mal in Warzone hieß, aber ihr richtige Name ist halt Bixen, trotzdem Comfort Meta ist und es liegt einfach an ihren wahnsinnig krassen Movement, sehr schnelle Flexibilität, trotzdem gute Time to Kill und vor Dingen auch noch Range. Wenn wir die Typ 100 also aus der letzten Season nehmen, sind wir immer noch bei einer sehr 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 starken Time to Kill. Dürfen wir nicht vergessen, dass wir das 36er Magazin haben. Nehmen wir das 36er Magazin bei der H4 Bixen, kommen wir sehr 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 krass auf diesen Typ 100 Time to Kill wert ran. Aber das, was die Waffe halt so außergewöhnlich macht oder so gut macht, warum sie halt ein Meta-Changer ist, beziehungsweise die Comfort Meta ist, ist ihr größeres Magazin. Also es wäre Bullshit, die Waffe mit dem 36-Schuss-Magazin zu spielen, wo man die Typ 100 spielen kann. Aus dem ganz einfachen Grund, weil mit dem 36-Schuss-Magazin die Typ 100 auch ein sehr gutes Movement hat. nicht an die Bixen rankommt, aber ja, warum sollte man das machen, wenn man die Möglichkeit hat, mit dem 54-Schuss oder 64-Schuss-Magazin zu nehmen. Das jeweils größere macht nicht so wirklich Sinn. Ich blende trotzdem noch mal kurz die Time to Kill-Werte ein. Sehr gut zu sehen ist da auch, dass nach der Bixen schon fast die MP40 kommt, trotz ihres Nerves in Mid-Season 2, bin ich der Meinung. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber mit Season 2 hat sie halt noch gute Werte auf Close, aber ihr Bullet Drop bei Elfmetern ist halt einfach kacke. Wenn wir uns dann aber angucken, was halt da mittendrin liegt, das ist die Bixen. Der Bullet Drop kommt zwar etwas früher als bei der Typ 100 mit dem kleineren Magazin, aber ihr seht, dass sie auf Range, also wenn es nachher über die 17, 17,5, 18 Meter geht, sie eine bessere Hit- und Time to Kill-Frequenz hat als die Typ 100, was sie auf jeden Fall dadurch halt passabler macht und eigentlich sehr gut macht. Die O-Ungarn wurde gepatcht, wurde genervt. Klar hat sie ein großes Magazin und ich habe sie jetzt hier in die Wertung nicht einfließen lassen. True Game Data Werte sind zwar an sich da, aber es macht aus meiner Sicht nicht wirklich Sinn, diese Waffen noch zu spielen. Der vermeintliche Aim Assist mit dem Nidar- oder Monokel-Gesir wurde halt gepatcht, was sie halt für Controllerspieler sinnfrei macht. Wenn ich sowieso schon 80er-FUV habe, will ich mir das noch nicht zu 50% auf dem Bildschirm abdecken, was Bullshit ist und auch mit Maus und Tastatur ist die O-Ungarn für mich eigentlich raus. Also ich habe drei bis vier andere Waffen, die mehr Sinn machen. Man kann hier sehr gut sehen, die Wellgun mit fast am schlechtesten. Nicht verkehrt als Ground-Loot zum Anfang, zum Start würde ich sie als Blau oder Lila oder was auch immer immer mitnehmen. Die Ama-Guera auch nicht verkehrt, hat ein gutes Ironside sicherlich auch zu empfehlen, aber wenn wir halt auf die Top 3 SMGs raufgehen wollen oder hin zur Meta wollen, dann bleiben wir nun mal bei der Bigson hängen. Okay, aber gucken wir uns das Ganze mal an. Wir gehen mal rein. Wir haben hier die beste Klasse für die Bigson, wobei es ein, zwei Sachen gibt, die man verändern kann oder anpassen kann, je nachdem, wie es für euch am besten ist. Ich spüre sie mit dem Rückstoßbooster, einfach um die Schussrate ein bisschen nach oben zu treiben. Sie hat zwar schon eine gute Schussrate, aber man kann halt noch ein bisschen mehr machen. Man kann jedoch sehr, 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 sehr gut den Quacksilber Schalldämpfer rausmachen, der halt die Kugelschwindigkeit erhöht, die Reichweite gleichzeitig noch ein bisschen erhöht. Das heißt, ihre Reichweite gleichzeitig noch ein bisschen besser ist, als in den angegebenen Time-to-Kill-Sheets, oder in dem Spreadsheet. Der M19 Schalldämpfer macht keinen Sinn, weil sie Sprint-to-Fire-Time rausnehmen. Gerade das Sprinten mit der Waffe ist halt wirklich geil. Also Rückstoßbooster oder Quecksilber Schalldämpfer hier der Way to go. Als Lauf ist der dritte Lauf der Lauf, der halt am meisten Sinn macht. Präzision aus der Hüfte geht zwar sicherlich flöten, aber Schaden und effektive Reichweite gehen halt enorm nach oben. Wir haben jetzt hier einen Salve-Modus, der ekelhaft ist. Wenn ihr die Waffe schon mal grau, glaube ich, aufgenommen habt. Grau. Ich bin mir nicht sicher, ob er grün auch noch. Dann hat sich ein Einzelschuss-Salve-Modus, was sehr irritierend ist. Und öfter äußerst scheiße ist. Der erste, darüber brauchen wir nicht reden. Der nimmt euch halt Schaden und Kontrolle zu hoch. Der letzte Lauf, der einzige Lauf, der halt noch so ein bisschen in Frage kommen würde, aber was neben dem Movement, neben dem Magazin noch mega ist mit der Waffe. Seht ihr in dem Gameplay, was ich hier kurz einblende, ist diese unglaublich schnelle Zeit ins Visier, was wirklich gestört ist. Wir bleiben also bei dem Lauf, nehmen den Chief Reflector mit, nehmt für das Movement, den Schaft mit, wenn ihr wirklich Probleme mit dem Rückstoß habt. Aus was für Gründen auch immer. Dann kann ich euch hier den Skelettlauf empfehlen. Der raubt euch zwar wie der Movement, aber macht die Waffe um einiges präziser. Und kontrollierbarer, obwohl ich sagen muss, dass ich den Rückstoß jetzt nicht so scheiße finde. Also er ist durchaus kontrollierbar und annehmbar. Die Waffe zuckt nicht überall hin. Er hat keinen fragwürdigen Recall wie bei der MZ, der gefühlt überall hingeht. Also hier Schaft entfernt oder gegen Skelett schafft, für die, die ihre Probleme haben mit der Kontrolle. Unterlauf nehmen wir den Mark Skelett mit, aus dem ganz einfachen Grund, um halt so schnell im Visier zu sein, wie wir im Visier sind. Und der Rückstoß ist nun mal kontrollierbar. Ihr könnt hier natürlich auch den Handstopper mitnehmen, was das Ganze ein bisschen präziser macht. Aber ich persönlich finde, dass die Werte da einfach minimal sind. Kommen wir zum Magazin. Wir haben hier das 72-Schuss-Magazin, was uns aber halt wieder ein bisschen ZV-Raub, Nachlade und vor allem Bewegungstempo, was aus meiner Sicht Bullshit ist. Wie gesagt, das 36-Schuss-Magazin, insane. Drückt die Time2Kill nochmal richtig runter und kommt halt sehr, sehr weit an die Typ 100 ran. Aber wäre halt Bullshit. Wir bleiben bei dem 54-Schuss-Magazin. Es ist einfach effektiver, besser. Wir brauchen oder wollen ein großes Magazin haben. Egal, ob wir Duos, Trios oder Quads spielen. Hinnehmbar. Munition können wir hier Zerfall oder Hohlspitz. Ihr könnt auch bei Verlängert gehen. Verlängert bringt halt diese Kugelschwindigkeit. Ich spiele in letzter Zeit sehr, sehr gerne mit Zerfall. Ja, ist Geschmackssache. Verlängert oder Hohlspitz sicherlich auch. Verlängert oder Hohlspitz sicherlich auch passabel. Allerdings hier rauben wir uns wieder Reichweite. Also ich würde bei Verlängert oder Zerfall bleiben. Geschmackssache. Griff nehmen wir hier den Polymergriff mit. Und der bietet uns halt am besten und am meisten das, was wir wollen. Präzision, Kontrolle bei Dauerfeuer. Extra 1 nehmen wir Flink mit. Perfektionist wäre jetzt für die Leute, die arge Probleme haben. Aber aus meiner Sicht macht das gar keinen Sinn. Gar keinen Sinn. Also die Waffe ist kontrollierbar. Flink und als Extra 2 nehmen wir natürlich hier schnell mit. Ihr könnt auch vollgeladen mitnehmen, wenn ihr der Meinung seid. Das, was aber wirklich Sinn macht aus meiner Sicht, außerhalb von schnell, wäre parat. Parat macht nochmal schnellere Werfen der Granaten und ZV-Geschwindigkeit noch um vollgeladen. Bei der SMG aus meiner Sicht Bullshit, weil irgendwie gefühlt SMG-Munition findet man überall. Das also, das Meta-Bild der H4-1-Bixen für, 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 ja, nicht Meta-Bild, Komfort-Bild, sag ich jetzt mal. Also für die Leute, die ein bisschen mehr Kontrolle haben wollen. Nehmen wir hier den Quecksiltschein einfach rein, machen wir den Skelettschaft rein und gehen hier auf den Handstopper. Aber das wiederum wäre dann das Bild Komfort-B4-Meter. Nehmt euch ein bisschen Schussrate, nehmt euch ein bisschen Flexibilität in der ZV-Geschwindigkeit. Aber macht euch halt wesentlich kontrollierbarer und einfacher in der Handhabung. Aber probiert ruhig das andere aus. Ist insane. Ist wirklich gut. Schöne Runden mit der Waffe gehabt. Wirklich Spaß gemacht. Hier mehr bleibt eigentlich dazu nicht zu sagen. Definitiv ein Gamechanger und aus meiner Sicht die neue SMG-Meter. Gerade weil die Typ 100 auch so einen starken Recoil hat und sie nicht jeder kontrollieren kann, ist sie halt nicht so gern gesehen. Und sehr viele sind auf die Amorogera oder auf die Welga umgestiegen. Die euch aber halt ein bisschen schlechter macht. Die Waffe lohnt sich also auf jeden Fall freizuschalten. Ob ihr die Zeit investiert in das in Vanguard macht oder euch das Bundle kauft, das bleibt euch überlassen. Was euch nicht überlassen bleibt, ist, diesen Kanal zu abonnieren. Gefällt mir zu drücken und bei Twitch mal reinzuschauen. Schöne Woche. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.